Das ist eine Sackgäste, also gehen wir erstmal hier lang. Was ist das denn? Das ist schon hingekriegt. Okay, jetzt verschlossen. Manga so beet. Lecker. Okay. 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 Hey. Hey, fui! Ein bisschen grün? ich muss aber ganz ehrlich sagen unsere prinzessin die haut ganz schön drauf die macht ganz schön der mits trank des lebens ok den aber tatsächlich jetzt mal gebraucht die schickようっぽい inki des jokin jomi シンキーとをそうだ Das ist das Wettbewerb. Das ist das, in der Fall ist es... Erstmal, wie gesagt, als ich, der Spray-San der Spray-San, der Spray-San, der Spray-San, der Spray-San. Was ist das Spray-San? Ich habe einen Spray-San, die Spray-San zu helfen. Ich habe eine andere Frage, die neue Erwachsenen der Spray-San. Ich habe das Gefühl, dass es ein Wunsch zu verletzern ist. Wenn es ein Wunsch zu haben, wenn es ein Wunsch zu verletzern ist, dann kann es ein Wunsch zu verletzern. Das ist so. Es ist ein Wunsch zu sehen. Und Mikulio ist ein Wunsch zu verletzern. Los geht's! Oh! Ich möchte Mikulio nicht auf die Wunsch zu verletzern. Warum? Ich habe mich auch mit dem Wunsch zu verletzern. Ich habe mich auch mit dem Wunsch zu verletzern. Ich habe mich auch mit dem Wunsch zu verletzern. Aber Mikulio... Ich habe mich auch mit dem Wunsch zu verletzern. Heu... Bist du warst von Karm usch? da ist nun hier kann man es benutzen alles klar da ist zu wir gehen jetzt mal hier lang aber das ist noch mal schnelle schritte die wahl ist hin ich habe ihr schleim ich habe ja hier geht es runter okay ich sehe schon jener doch ist er wieder zurück zum anderen eingang ich glaube da das war jetzt die richtung für weiterkommen oh oh ja 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 Ahn. ja gar nichts offen ich darf ja mal bitte ich lebe dir wieder jemand an den Deckel ah guck mal Rosmarie fokus ist das jetzt dauerhaft mit dem hier mit den Rosmarie und Co das ist eine dauerhafte Erhöhung hey da klebt auf jeden Fall ein Schleim an der Deckel ja ja Oh, wow. 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 zauber kann ja ausrüstungsfähigkeit das geht schon ziemlich gut weit klingt der trennung träger des mystischen schwertes schwerttänzer schwert plünderer können drei papierwerferin pakete sind nichts hervorziehen und sie mit mana entzünden feuer meisterin das feuer symbol für wachstum und wandel steht für die trägerin dieses titels bereit bewegt sich flink und präzise im kampf dramatisiert stark gegen wind schwach gegen wasser feuer wirkerin hauptherrscherin ein titel für seraphim die hier zum ihren machen ein hauptherrscher ist ein jeter die das selbe schicksal teilen ok das bringt eigentlich an meisten was wenn wir das haben wir sind ist das ja auch ok das heißt wenn wir quasi in diesem trance zustand sind sind wir auf jeden fall stark gegen wind aber schwach gegen wasser alles klar so irgendwo logisch das sind sie das ist da es gibt es dort es gibt es zu Ja! ja okay das hätte auch schon etwas anders enden können tatsächlich nicht okay wir merken wenn mehrere gegner voneinander treffen dann wird es doch durchaus gefährlich ja 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 Ah, ah. kategie aktion auf eigene weise ob wir eine holen wenn die kp unter 75 eine weise greift gegner die sein partner angreifen auf hintere gegner möglichst viele gegner starke gegner auf eine weise gegner mit wenig kp taktik normales geben stoß k k k Das war's für mich. ein erdring bernstein montur aggressiver abwehr wenn die gesteuerte figur verletzt wird und kp verliert amortisiert sie ach ich kann die kampffigur wechseln ok das heißt ich kann selbst bestimmen wenig steuer ok die sache natürlich etwas etwas interessanter wir müssen auf jeden fall wieder hoch so so Das war's für mich. Das ist ein bisschen ungewohnt, tatsächlich. Das ist ein bisschen ungewohnt. 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 So. Schwäche. Oh. Vitalität plus 43. Das ist ein bisschen ungewohnt. Kampfmontur. Hier ist schon Max. Was bringt das? Okay. Wasser hilft uns. Frauenrüstung. Kampfmontur. Wieder schanzfähige Damenrüstung für den Kampf, die unter der Kleidung getragen wird. Kann sie aber die Kampfmontur tragen. Lassen wir mal, dann können wir das verschmelzen. Dann gucken wir mal, ob es da rumkommt. Das ist auch diese Richtung hier, ja. Das ist auch ein bisschen ein bisschen blöchner für die als eine Tür. Das ist ein bisschen ein bisschen nicht nur etwas, aber so sind es auch immer. Ich bin mir auch ein bisschen wie bei mir. Ich muss ein bisschen ein bisschen den kaltieren. Das ist auch das drin. Ja. Das ist eine gute Idee, Frankly. Das ist eine gute Idee. Ich bin immer wieder und immer noch ein paar Leute zusammengekommen. Die Erfahrung führt zu Selbstvertrauen. Wer ist der Nächste? Das ist der Nächste, der Nächste ist der Nächste. Hier, geht's! Hecht in you! Das war's für heute. Okay. Das ist sicher, was er zu tun ist wie ein Konfer medium. Also was er zu sagen? Allah gibt es hier! Oh, das ist das! Was ist das? Wie kommt der Fall? Den Schuss haben wir direkt dem Protonieren. Dann schau mal! Komm du nicht! Dann wird das, was du wirst? Dann bleiben wir wieder! Dann gehen wir wieder! Dann gehen wir alle! Die sind das, was du... Ich habe noch nicht geschafft! war nichts offen alles mitnehmen und lupen jetzt weiter weichern das 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 Was ist das? Das war's für heute. Das ist noch so ... 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 Ich weiß nicht, was ich? Das war's für mich. Es ist ein Schmuck. Wenn ich mich für eine Karte des Lebensstil, will ich den Namen anrufen, um die Nase zu erbauen. Der Schmuck! Kammui, ich kann es! Michuli, ich kann es nicht! Michuli, ich bin nicht fest. Ich weiß es nicht, was ich weiß. Michuli, ich bin nicht fest. Ich bin nicht fest. Ich bin nicht fest. Ich bin nicht fest. Woa, jetzt geht's ja gut. Ach, jawohl! Aуки-yeah! Aуки-är! Göt- Göt! 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 Soll ich, dass ich den Kamui frei verletzt habe, oder? Das ist schon einmal ein, was ich? Scheiße! Entschuldigung, dass ich das nicht verletzt habe. Mikulio, ich... Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich für meine Lieben gemacht. Ich verstehe! Ich bin sehr stolz... ...und... Was ist das? Was ist das, Alisha? Ja, ich kann nicht nur sagen, sondern auch sehen. Alisha, hast du gesehen? Ich bin sicher, dass die Kraft des Slay hat. Ich habe ein wenig gewonnen. Ich bin schon mal ein Zeichen, oder? Ich bin schon mal ein Zeichen. Laira, Mikurio. Ich bin sehr dankbar. Nein, das ist nichts. Was haben wir hier nicht, was ich? Ich fühle mich nicht so, was ich. Okay, Taki ist jetzt hier. seite kann sich ein weiteres auch anschließen na was für gar nicht ja wir lassen das mal so ladung zauber 4206 galt galt und 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 Okay. ach guck mal der hilde tangos betäubung schadensrate plus 20 prozent ermüdungsfähigkeit plus 10 sie kann das tragen guter angriff wird natürlich ordentlich gepusht der rest geht aber ein bisschen runden behalten das erst mal jetzt sind wir schon vier leute die kämpfen am bernstein schwert auch erhalten das ist auf jeden fall nicht ganz so gut aber ich möchte das doch gerne ein bisschen bisschen pushen dann kann ich das mit den hier oben verschmelzen hier also hier 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 Fertiglich ist es, aber auch wenn es nicht so gut, wenn man das Kupen erscheint. Da ist auch der Fall, aber auch wenn man hier im Hintergrund fließen kann. Dann geht's das Kupen. Da ist es noch ein Problem. Ich bin jetzt auf der Fall. Und wenn ich das jetzt nicht so gut, habe ich es nicht so gut. Ich bin jetzt auf der Fall, dass ich jetzt nicht so gut. Ah, s***. Typhus Riegel. Teufelsflügel, damit du dich umgezogen fühlst. Lieber nicht zu lange tragen. Alles klar. Ne, er braucht die Sonnenbrille. Stimmt, das geht nicht. Aber wie geht, die passt sich nicht gut. Jetzt noch einen schwarzen Anzug, dann hätten wir hier Agent Smith. Das ist gut, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020